Ich habe jetzt keinen typischen Arbeitsalltag, aber ich komme in der Firma in mein Büro. Dann drehe ich mir meinen Computer auf, schaue mir mal an, wie unsere Tagesauslastung ausschaut, wie viele Lieferungen wir haben, wie viele Aufträge wir bearbeiten müssen. Dann drehe ich meistens schon eine Runde durch die Bereiche, priefe mich ein bisschen mit meinen Vorarbeiter, mit den anderen Mitarbeitern, frage, was gerade so ansteht. Wir im Vertrieb arbeiten stark mit den verschiedenen Kompetenzzentren zusammen beim Kunden. Da hat man immer neue Situationen. Langweilig wird es oft definitiv nicht. Ich habe 2008 als Mechatroniker eine Lehre bei der Firma Heinzel begonnen, habe dann verschiedenste Abteilungen durchlaufen, habe dann die Abteilungen Stahlbau- und Lackierbetrieb übernommen und bin jetzt seit zwei Jahren Leiter von der Logistik, also Lagerversand. Mein persönlicher Werdegang ist, ich bin vor circa eineinhalb Jahren zum Unternehmen gekommen. Dann bin ich ganz normal als Vertriebsassistentin eingestehen. Jetzt seit kurzem habe ich die Position angenommen als Teamleiterin. Die Work-Life-Balance bei uns in der Firma Heinzel lässt sich sehr gut umsetzen. Wir haben Gleitzeit, wir haben auch für viele Mitarbeiter die Möglichkeit ins Homeoffice zu gehen. Wir können sich die Zeit im Prinzip frei einteilen und auch ein bisschen was von zu Hause erledigen. Unsere Führungskräfte haben immer im Prinzip für uns ein offenes Ohr. Wir reden da immer auf Augenhöhe miteinander. Die Zusammenarbeit mit meinem Team funktioniert wirklich super. Bei mir als Führungskraft ist es wichtig, dass ich immer erreichbar bin, dass die Hemmschwelle niedrig ist, dass die Leute zu mir kommen können, wenn sie irgendwelche Herausforderungen haben oder vor irgendwelchen Herausforderungen stehen. Mir ist wichtig die Wertschätzung, dass jeder weiß, er ist genauso gleich viel wert wie jeder andere. Wir haben sehr viele Team-Events bei der Firma Heinzel. Das große Highlight ist sicher die Weihnachtsfeier am Ende vom Jahr, weil wir einfach schon so groß sind und dort einfach Leute man trifft, die man ein ganzes Jahr sonst nicht so sieht. Nach der Arbeit gibt es auch das ein oder andere Event. Im Winter gibt es jedes Jahr einen Skiausflug über das Wochenende. Jedes Jahr machen wir fast das Sommerfest bei uns bei der Produktion. Ist auch immer lustig mit Live-Musik und Grillerei. Mir und meiner Arbeit macht am meisten Spaß das Arbeiten mit den Mitarbeitern, mit den Menschen. Das ist ganz klar, das steht für mich im Vordergrund. Und was mir auch Spaß macht, ist an der Logistik, dass kein Tag gleich ist und jeden Tag einfach eine andere Herausforderung gibt, die man lösen muss. An meiner Arbeit macht mir am meisten Spaß der Umgang mit dem Kunden, die verschiedenen Personen, die man trifft. Jeder ist individuell.